Ich nehme das jetzt mal auf, falls ich es nicht schaffen sollte, das hier weiter aufzunehmen. Denn, im Moment, weiß ich auch nicht, mein Bild wird schwarz und dann blabla, was man ab und zu so hat. Der PC stürzt ab oder irgendein Scheiß. Das geht mir halt ein bisschen auf den Sack und dann ist es einer der letzten Kämpfe. Ob ich den jetzt am Stück schaffe, ich habe ja nur noch heute die Folge. Okay, der Bild ist schon wieder schwarz geworden, das Bild, vom zweiten Monitor. Das heißt, da muss ich mich auch umgucken, wie ich das mache. Vielleicht beide mal an die Grafikkarte, anschließend nicht eins noch an die CPU. Deswegen, hier ein kleines Video. Es kann sein, dass das eine ganz kurze Folge ist. Die kommt jetzt, damit ihr wisst, aha, schön. Ja, und es passiert gar nicht, dass die nicht abgestürzt ist. Nicht abgestürzt, abgestürzt, ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass jetzt eine Weile kein Sekiro kommt. Weil, wenn der PC mal abschützt, bin ich ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Und der letzte Kampf wird eine Weile dauern. Deswegen, ne, seid ihr schon mal gewarnt. Es kommt möglicherweise jetzt ein paar Tage kein Sekiro. Weil, das ist der letzte Kampf, den muss ich ja auch erstmal machen. Dann muss ich rennen, dann muss ich ihn hoch, dann bla bla bla. Muss ja auch arbeiten und so. Momentan schwierig, ne. Mit Problem PC betreffend. Deswegen. Jo. Jo. Ne? Jo.